ja mal leute euer bionix am start und heute gibt es das update beziehungsweise wir sprechen über das update was gestern abend gekommen ist wenn ihr gestern im stream dabei war dann habt ihr schon die ersten runden gesehen es heißt eigentlich never play on patch day ich habe es trotzdem versucht wie erfolg das war weiß ich zu dem zeitpunkt nicht denn das video nehme ich kurz vorher auf um dann mit euch in den stream zu hüpfen und die neuen quests auszuprobieren nichtsdestotrotz wollte ich euch heute auf youtube ein update geben und wenn ihr genauso sagt wie ich das game braucht gerade frischen wind und quests könnten genau das sein dann lasst doch gerne mal like auf diesem video da und wir schauen zusammen ob es das ist was wir brauchen bei schlachtfeld aktuell wenn ihr bock habt das zu sehen gibt es morgen um 19 uhr also donnerstag auch wieder einen stream auf twitch schaut gerne rein wenn ihr lust habt und wir springen hier rein für alle die die neuer dabei sind quests gab es schon mal in season 2 und sie kommen jetzt als neues event wieder für den rest der season befinden uns gerade genau in der mitte der season quasi und jetzt kommen die quest da rein was bedeutet das wenn ich quest sage ist das wahrscheinlich so wie die meisten das benutzen denn wir meinen meistens diese belohnungen hier die eigentliche quest die aufgabe die man erfüllen muss um diese belohnung zu machen meint man damit meistens nicht aber eigentlich ist die quest die aufgabe und die belohnung ist dann das was wir meistens als quest bezeichnen ein effekt den man zusätzlich bekommt in dem game und der dann bei jedem unterschiedlich ist und sehr spannend sein kann die sind unterschiedlich stark diese belohnungen und je nachdem wie stark die belohnung ist desto schwerer ist auch die aufgabe zu erfüllen deswegen würde ich sagen gehen wir einmal ganz schnell rein welche aufgaben gibt es ja es gibt drei neue aufgaben das bedeutet entweder leider sind die artworks alle noch nicht da die werden uns dann in game mal angucken müssen aber es gibt entweder verkauft neun diener okay schwierig muss man mal schauen bei welchen helden das funktioniert ein dancing daryl könnte funktionieren ein gallowicks könnte funktionieren ansonsten verkauft von einem early game nicht so viele diener millhouse könnte vielleicht funktionieren wenn token sachen drin sind ansonsten schwierig und die zahl geht halt höher je mehr je besser die belohnung ist die ihr daraus bekommen könnt erreicht mit eurer truppe insgesamt 30 angriff das ist ja wie queen ashara die erste sich dann in einen in diesen nager helden verwandelt wenn die 30 attack hat das heißt mit ihr als synergie muss man sowieso 30 attack so schnell wie möglich erreichen das macht man also e könnte also eine interessante quest sein die man mit ihr erfüllt ansonsten deathwing ist natürlich prädestinierter für diese quest schnell zu erfüllen ich überlege gerade mal wie heißt sie denn rokara die immer attack stack so was kann auch gut funktionieren vernichtet 18 feindliche diener reine tempo quest das kann man mit allerlei helden machen es gibt natürlich so sachen wie ragnaros der e diener töten will so viel wie möglich der könnte da eine gute synergie sein und dann gibt es ganz viele quests oder aufgaben die es so schon mal gab spielt fünf diener aus kauft sieben diener ganz normale sachen die man eh macht erhaltet 18 karten auf die hand das ist besonders interessant wenn stacheleber drin sind weil die blood gems auch als karten natürlich zählen definitiv gut an der stelle auch mit helden die coins auf die hand kriegen wie lord barow diese drei coins wenn man richtig gewettet haben zählen auch als karten für diese questes definitiv mit berücksichtigen vier diener mit kampfschrei ja okay mit einem brand will man die eh früh haben das heißt da kann sich das noch mal doppelt lohnen sieben befreundete todesröcheln das ist eine der eher einfachen quests würde ich sagen denn todesröcheln einheiten sind klassischerweise im early game relativ stark und dadurch erfüllt sich diese quest relativ einfach hatte das hatte ich auch in dem preview game mit den atrius natürlich am montag habt ihr das gesehen da habe ich sehr einfach mit sieben todesröcheln schnell meine quest aktiviert in dem fall war es das gekochte buch cookbook was mir da das scaling ermöglicht hat also eine einfach zu erfüllende quest aktualisiert neunmal bobs gasthaus finde ich schwierig weil man will am anfang nicht so viel rollen muss man mal schauen mit welchen heroes sich das lohnen kann free rewards bei nasdormu ist es glaube ich ne der kann das einfach machen ansonsten sehe ich da eher ich sehe es als schwierige quest sagen wir mal so 17 diener herbeirufen ja auch das funktioniert natürlich am besten mit so todesröcheln reborn sachen da muss man mal gucken mit welchen helden man das kombinieren kann ein teron ist glaube ich allen voran der was gut beschwören kann oder ein jailer möchte die möchte so einen ähnlichen effekt sowieso spielen um seine hero power zu stacken das kann gut funktionieren dann haben wir die mordwaffe oder findet die mordwaffe heißt die quest 14 mal werte der diener erhöhen das kann hp das kann aber auch attack sein da sind buff klassen natürlich super eine kariel oder sowas bord buffs sind da super ja merlocs kann da auch gut funktionieren um das schnell auszulösen dann haben wir 21 befreundete diener sterben lassen das passiert auch mehr oder weniger automatisch das ist eine sehr sehr schlechte quest finde ich die diener von niedriger attack zu hoher attack sortieren weil das bedeutet man steht so schlecht wie möglich normalerweise möchte man ja von hoch nach niedrig sortieren um gute trades zu machen nehmt die also nur wenn da eine richtig gute belohnung hinter liegt ansonsten ist die zu schlecht die quest 33 gold ausgeben das passiert auch mehr oder weniger automatisch ist natürlich besonders mit economy helden wie gallow x barow und so weiter besonders gut zu machen eine millaus kann da auch gut funktionieren ja dreimal mit unfertigen gold beenden schwierig kann mit millaus gut funktionieren hat man eh sehr komische curves kann eine coole quest sein um um zu spielen wenn man eine beschissene curve hat und immer gold übrig hat ist das auch nicht ganz schlecht um da wieder zurück ins game zu bekommen und als letztes haben wir dann noch befreundete diener elf mal angreifen lassen auch das passiert mehr oder weniger automatisch viel interessanter als diese ganzen quest gehen wir natürlich direkt in die ganzen belohnungen es kommt eine ganze reihe von bereits bekannter belohnung die werde ich jetzt nicht alle durchgehen glaube ich vielleicht fliegen wir gleich mal kurz drüber ohne dass ich darauf eingehe wir wollen uns natürlich die hier angucken wenn mir direkt auffällt welche synergien gut funktionieren können sage ich das wenn euch synergien auffallen mit welchem helden oder mit welchen klassen oder builds die gut funktionieren diese quests schreibt es mir in die kommentare leute ich würde mich freuen das zu hören wir probieren es natürlich alles aus wenn wir die chance kriegen im stream wir haben eisliche rache rache 1 verleiht einem diener auf eurer hand plus drei angriff das ist ein hand buff mit rache 1 aber nur angriff kann aber spannend sein für so klassen wie mit piraten mit dem cleave oder mit ähm gottesschilden kann das ganz gut sein aber allen voran natürlich so sachen wie cleave sind da prädestiniert für das heißt der blade collector von den piraten wenn ihr den mit der quest spielt früher cleave mit viel attack ist definitiv stark dann haben wir seelenpakt nachdem einer diener aus nachdem ihr einen diener ausgespielt habt erhaltet alten anderen des gleichen typen plus 1 plus 1 das ist also das gegenteil von menagerie man möchte euch eine klasse forsten bedeutet wenn ihr schon was passendes habt dann kann das durchaus ein bisschen snowballen ist jetzt auch nicht zu krass der plus 1 buff aber muss man schauen wie viel scaling man damit aus bord bekommt es gibt quest die alleine genug scaling machen und es gibt so bonus quest die nur so ein zusatz scaling sind ähm dann haben wir robuster split splitter verleiht euren die dann ohne sport am ende eures zuges plus 1 plus 2 für jeden eurer diener mit sport also eine kombination aus ihr müsst sport haben aber nur die sachen ohne sport werden gebufft das ist schwierig da die balance zu finden ähm plus 2 hp sind im early game relativ stark die frage ist wie früh kriegt man diese quest also als wie gut hat blizzard diese quest eingestuft wie schwer ist die aufgabe zu erfüllen bis ihr diese belohnung bekommt muss man mal schauen ähm ja entdeckt nach jedem kampf einen nicht goldenen diener aus der trippe eures letzten gegners äh er behält verzauberungen ist krass und da muss man wirklich sagen das geht natürlich in die richtung von ähm mr bigotswurst eine rough farm ähm eine tess so sachen eine tess kann damit super paare triples bilden und so weiter das heißt helden die sachen klauen profitieren davon mehr weil man dann schneller paare und so bilden kann äh finde ich nicht schlecht das doppelgänger medaillon so zu beginn eures zuges äh beschleuniger die einen diener in einen diener der nächsthöheren gasthausstufe verwandeln okay das ist wahrscheinlich eine karte die man dann spielt um was hoch zu verwandeln interessant so ein bisschen faceless manipulator mäßig ist es der? nein es ist wahrscheinlich nur ein zauber hm damit kann man krass highrun man kann sie aber auch ordentlich selber zerlegen wenn man eine gute karte verwandelt die äh auf gut glück und dann gar nichts hittet ich freue mich auf highroads damit ich bin aber sehr gespannt dann haben wir äh die stärkende meeresschnecke wenn ein diener äh wenn ihr einen diener kauft verleiht ihr seine werte einem zufällig befreundeten diener das ist krass vor allem mit sowas wie dancing daryl oder mit so cycle sachen cycle builds können damit extrem abgehen boah und elementar buffs wenn ihr einen diener kauft verleiht ihr seine werte einem zufälligen befreundeten diener das heißt ihr könnt elementare im shop buffen kauft die und gebt plus 20 plus 20 auf euer macboard mit gottesschilden oder so das ist insane also das in der kombination mit gebufften elementaren im shop das kann abgehen und dann natürlich die units die ihr buffen wollt sind natürlich klasterweise cleaves und gottesschilde dann haben wir boom team rache 3 fügt den befreundeten feindlichen dienern mit dem höchsten leben 10 schaden zu boah das heißt da kommt immer so ein quasi wie so ein boombox laser aus dem nichts beziehungsweise wie hieß denn der der meccano tank der immer weggelasert hat das ist krass hoffentlich kriegt man die nicht zu früh dies wird nur in spielen mit untoten und wildtieren in der lobby angeboten ach krass das gibt es sogar nur in lobbies wo viel todesröcheln und reborn drin sind ich habe angst ich glaube die ist sehr disruptiv diese sache sehr disruptiv vor allem gut mit sowas wie grauzweig der dann sich schützt und hinten einen titus damit nur noch mehr beschwört oder sowas wie eine onyxia die eh schon sachen beschwört und dadurch noch öfters diesen effekt auslöst uiuiui laser onyxia incoming glaube ich dann haben wir göttliche rüstung verleiht dem diener der sich auf der hand ganz links befindet am ende eures zuges plus 6 plus 6 und gottesschild bedeutet man gibt nach und nach dem ganzen schild gottesschild das ist heftig die wird aber schwer zu erfüllen sein glaube ich die aufgabe weil die quest stark ist weil man auch ohne mechs sonst nach und nach ein gottesschild board aufbaut man muss die karte natürlich eine runde auf der hand halten das macht es langsam trotzdem stark trotzdem sehr stark denke ich so dann haben wir die karte des unbekannten nachdem euer diener eines typen ausgesp... nachdem ihr einen diener eines typen... ...typs ausgespielt habt naja ist ja immer es sei denn es ist eine neutrale karte oder? äh... den ihr nicht kontrolliert also es muss ein neuer typ sein geht also in die menagerie richtung gemischter bild verleiht ihr am ende eures zuges einem befreundeten diener plus 2 plus 1 bedeutet ihr spielt verschiedene klassenkarten ne ihr könnt eigentlich egal was spielen und rollt dann so tokens zum beispiel durch spielt ihr irgendeinem bild mechs bildtiere oder sonst was dann könnt ihr sowas wie salemental durchrollen weil ihr euch zweimal diesen buff gibt das ist interessant ok aber es muss ein klassentyp sein weil neutrale karten da nicht zu zählen ah ich bin gespannt sowas mit galleywigs da rollt man eh durch weil ein token plus 4... äh... plus 1 gold effektiv ist netto ähm... da kann das funktionieren ansonsten sehr situative schwierige quest glaube ich so dann haben wir blutgetränkter foliant diener in bobs gasthausstufe kosten 2 jeder held wird quasi zum mill aus mit galleywigs economy heroes allgemein krank cycle builds krass piraten vielleicht auch gute synergie mit cyclen dann haben wir führungs zepter äh... bobs gasthaus bietet nach dem aktualisieren immer 2 diener zufällige typenauswahl an verstehe ich nicht bobs gasthaus bietet nach dem aktualisieren immer 2 diener an aber bobs gasthaus bietet doch immer neue diener an wenn man aktualisiert hä? verstehe ich nicht da fehlt doch ein wort oder? 2 diener höherer stufe an so wie toki hero power oder sowas ist das doch gemeint oder? ich finde die die ähm formulierung immer 2 diener an ja was 2 2 extra diener 2 höherer stufe diener weil normalerweise wenn ich refreshe auf tavern 1 kriege ich auch 3 neue diener angezeigt das ist komisch das ist sehr komisch dann haben wir aber noch trans wie heißt diese quest transmoga also ogre soll es wahrscheinlich transmogafikation ok setzt am ende euch zu die werte eures diener mit dem niedrigsten leben auf die werte eures diener mit dem höchsten leben das ist ganz cool weil dann gleicht sich nachher alles an und alles hat dann die höchsten hp darf aber nicht zu spät kommen die quest weil hp sind nur im early to mid game richtig stark dann haben wir äh endloser blutmond eure blut edelsteine verleihen zusätzlich plus 2 plus 2 erhältst zu beginn eures zuges 2 auf die hand und das ist natürlich nur mit stachel ebern vorhanden freue ich mich drauf mal ein richtig krasses stachel eber bild nochmal zu spielen sind ja sowieso nicht schlecht aktuell so das sind die neuen quests dann gibt es allerlei bekannte schon da würde ich jetzt sagen das würde auch den rahmen des videos sprengen wir gucken uns die auf jeden fall an es kommt alles nochmal ähm wenn ihr hier reinschaut wenn ihr content zu den neuen quests haben wollt dann auf jeden fall jetzt abonnieren rausfliegen von den alten quests der äh blauer tiger sapphire den fand ich aber eigentlich ganz geil ähm naja ok starb des ursprungs fand ich sehr scheiße weil das war so ein powerspike ding das ist gut dass das raus ist und der blutkelch ja der war manchmal nützlich ähm aber ist jetzt auch nicht tragisch dass der geht also alles in allem viele interessante neue quests dabei einige alte noch wenn ihr bock darauf hat Abo dalassen in den stream reinschauen und ansonsten natürlich Glocke like nicht vergessen und ich wünsche euch ne geile zeit ich bin raus ciao ich bin raus ich bin raus